Herzlich Willkommen im Evangelischen Altenzentrum am Emscher Park. Jung und alt, Hand in Hand. Durch die engen Kontakte zu den Bewohnern und Angehörigen, dem angegliederten Kindergarten Rasselbande, den Kirchengemeinden und Vereinen sowie zu den Bürgern entsteht ein gemütliches, familienähnliches Zuhause. Lassen Sie sich von den kleinen Einblicken inspirieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017